Der 23. Geburtstag Wir schreiben das Jahr 2008. Genauer gesagt, den 23. Oktober. Es war ein kalter Oktobertag. Die Straßen voller Laub, der Himmel bedeckt. Maximilian feierte seinen 16. Geburtstag. Zu diesem Zeitpunkt konnte noch niemand ahnen, dass dieser Geburtstag unvergesslich wird. Wie es sich für gute Freunde gehört, planten wir eine Party für ihn. Wir sagten, Seranda, sei um 20 Uhr bei mir. Dort wird eine Party für die Stadt werden. Doch hinter seinem Rücken schmiedeten wir einen anderen Plan. Um 18 Uhr trafen wir uns vor Serandas Haustür. Wir, vier Jungs, vier Mädchen, im Gepäck eine Torte, Konfetti, Luftballons und tröten, wie sie sich für einen Geburtstag gehörten. Da Serandas Eltern in diesem Plan eingeweiht waren, reichte ein leichtes Klopf an die Haustür, damit sie uns die Tür öffnen. Seranda bekam von dem allem nichts mit, sodass wir uns leise an sein Zimmer schleichen konnten und uns dort nochmal sammeln konnten. In dem Moment, in dem wir die Klinke runterdrückten, wir wortwörtlich in das Zimmer rein stürmten und das Wort Überraschung aus unseren Kehlen halte, geschah das Unvorstellbarste. Seranda, der Dunkle, tat das, was Jungs nur tun sollten, wenn sie wirklich alleine sind. Jungs, ihr wisst, wovon ich spreche. Während wir also das Konfetti in die Luft schmissen und in unsere Tröten bliesen, versuchte Seranda sich am Multitasking. Er stellte sich verdeckend vor den Bildschirm, versuchte die Boxen auszuschalten und dabei auch noch seine Hose hochzuziehen. Dass das nicht gelang, können wir uns alle denken. Ich weiß nicht, was lauter war. Das Gelächter der Jungs oder das Gekreische der Mädchen. Aber eins weiß ich genau. Dieser Geburtstag war legendär. In diesem Sinne, Seranda, alles Gute von mir und Sergius. Ich hoffe, du freist dich über dieses Geschenk und weißt, aus deinen Fehlern zu lernen.